Wir haben eine Woche mit dem iPhone 16 Pro irgendwie über die Runden gebracht und haben vielleicht noch neue Erkenntnisse jetzt zu dem Ding, zum Camera Control, zur Kamera selbst vielleicht gefunden. Leo hat letztes Mal gefragt, so wie sind es mit Fehlbedienungen von dieser Camera Control? Passiert schon. Also dieses, ich habe überlegt, was ist denn das Problem mit diesem leichten Druck und ich bin nicht, also ich glaube, wenn du es vergleichst mit einem Auslöser auf normalen Spiegelreflex, da ist es ja völlig anders, weil der Auslöser auf einer Spiegelreflex, der macht nichts, wenn du ihn berührst, der gibt nach, wenn du halb drückst und der macht einen Klick, wenn du ganz drückst. Das sind andere Stufen von der Auslösung und bei der Camera Control ist es ja so, du berührst ihn leicht, nichts passiert. Du wächst ihn auf mit einem festen Klick und nach dem festen Klick kannst du leicht drücken, dass das Gehäuse so ein bisschen quetschen, aber nicht zu fest, sonst klickst du und löst aus. Wenn du nur ein bisschen drückst, dann, es ist schon, es ist schon komisch und es sieht mir so aus, als würde der Camera Control Button so tief in das Gehäuse reingedrückt werden, so wie auch der Lock Button ins Gehäuse reingedrückt wird. Das habe ich nachgesehen, das sind tatsächlich 0,45 Millimeter, was der Button vom Lock Button reingedrückt wird ins Gehäuse und ich denke auch so viel versenkst du den anderen Button im Gehäuse. Und es ist schon, es ist komisch und Apple hat sich wahrscheinlich sehr viel Gedanken gemacht, wie sie es diesen Button designen, aber ich bin nicht sicher, ob sie dem Software-Team auch wirklich da gesagt haben, was da passieren soll. Das ist lustig. Mein iPhone spricht, ich habe dann mal auf irgendwelche Knöpfe gedrückt und die Bedienungshilfen offensichtlich aktiviert, die mir jetzt erklären, wie ich dieses iPhone in Betrieb nehmen soll. Du hast noch nicht eingeschaltet, richtig? Nee, nee. Du hast jetzt auch eins da. Ja, es ist angelangt bei mir, aber noch nicht im Betrieb und ich habe vor allem auch noch nichts damit gemacht, deshalb muss ich meine Kamera-Button-Erfahrungen muss ich auf nächste Woche vertragen. Du kannst schon mal sagen, wie dir die Farbe gefällt. Ja, also hier, ich muss mal aus diesen Bedienungshilfen rauskommen, weil sonst quatschen wir nämlich dieses Ding hier kontinuierlich rein. Du hast die Desert Titanium da. Ja, wenn man die einmal aktiviert hat, die Sprach, das wäre wahrscheinlich Voice-Over, dann muss ich mal schauen, wie ich da wieder rauskomme. Verloren. Also wenn du in einem Podcast sitzt, dann bist du verloren. Ich lege das mal weg und drücke irgendwie nichts mehr. Ich zeige es nochmal. Ich glaube, man sieht es auch. Wer zuschaut, wird es auch nicht sehen wahrscheinlich, weil man kann die Farbe tatsächlich nicht, weder von Apples Webseite, finde ich, noch halt jetzt hier in dem Kamerabild, man kann nicht wirklich sehen, wie die Farbe ist. Und von der Webseite her habe ich die mir eigentlich ganz, ja, Entschuldigung, also das quatscht mir hier, quatscht mir hier weiter rein. Ich muss mal schauen, dass ich das ausgeschaltet bekomme. Das geht wahrscheinlich auch nicht. Das geht auch nicht. Ich weiß nicht, wie du diese Belegung hier bekommen hast. Ich räume das gleich in ein anderes Zimmer. Die ganze Zeit spricht irgendwie so. Hallo. Ja, also es sieht halt einfach von der Webseite, auf der Webseite sieht das deutlich, wie soll man sagen, für mich sieht es auf der Webseite deutlich neutral, irgendwie golden, Champagner-Golden. Ja, ja, so ein leichtes, leichtes, leichter Goldhauch irgendwie. Und ich dachte mir, okay, vielleicht sieht es ja ganz nett aus in Natur. Und ich habe es halt auch vorher nicht in Real gesehen. Und ich muss sagen, also, dass es mir wirklich nicht gefällt. Einfach kann ich, glaube ich, so festhalten. Also das ist echt eine Farbe, die ich nicht sehr attraktiv finde, dann so wie sie am Schluss ist. Ich weiß nicht, ob die jetzt natürlich nochmal irgendwie auch stark changiert, sozusagen über den Tag und übers Licht her. Ich habe es halt so ein bisschen bei Tageslicht gesehen. Jetzt bin ich hier unter diesen Flutstrahlern. Das wird vielleicht auch nochmal was ausmachen. Das haben wir ja auch schon gesehen, dass da in letzter Zeit Apple so einige Gehäuse hatte, die irgendwie nur bei starker Lichteinstrahlung so ganz leichte Nuancen von Farbe geändert haben. Aber es hat, ich habe vorhin, glaube ich, zu euch gesagt, es hat halt so ein, es hat noch so einen komischen Hauch von rosa und rötlich drin. Und ich, also ich finde, dass es bei den Rändern, die, das spricht immer noch, bei den Rändern geht es noch. Also die Titan Außenränder, die sehen noch ganz gut aus. Aber die Rückseite ist dann die, die besonders komisch für mich wirkt von der Farbe her. Auf den Fotos sieht es ja so aus, als wären die, die Titanfarbe und die Glasrückseite, als wären die sehr eng gematcht. Sind sie aber nicht so. Und bei den anderen ist es möglicherweise auch so ein bisschen unterschiedlich. Und auch wenn du nochmal 15er anschaust oder so, die sind ja auch das blaue 15er Pro oder so. Das ist ja auch so minimal nur blau und das siehst du auch nur, wenn du daneben noch ein schwarzes legst oder so. Und das musst du halt, und im Laden siehst du es auch nicht so richtig gut, weil da halt auch so ein bisschen Lichtfasching, je nach Laden ist, das ist auch unterschiedlich, je nach Laden, wo du da gerade drin stehst. Und das hatte ich auch letztes Mal gesagt, im Laden, wenn du da stehst und irgendwie alle 15er oder alle 16er Farben vergleichen möchtest, die Dinger sind ja über sieben Tische verteilt. Also vielleicht gibt es auch irgendwo einen Tisch, wo alle Farben zusammen sind, aber da ist noch die 14er Farben dazwischen und die 15er und die 16er möglicherweise dazwischen. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Also dann, dass ich das wirklich, vielleicht ist es auch wurscht, weil alle Leute eine Hülle draufziehen und dann ist es egal. Ja, also ich meine, ich kann, wenn jemand über diese Farbe nachdenkt und ich, wie gesagt, also ich dachte auch, okay, könnte man eigentlich mal probieren, aber ich würde sie mir auf jeden Fall vorher selbst anschauen und dann entscheiden, ob die, ob man die, ob die einem persönlich gefällt oder eben nicht gefällt. Zumindest jetzt, also wenn man das jetzt hört, hat man ja die Möglichkeit, wenn man vorbestellt, dann eher nicht. Richtig, ja klar, die Vorbesteller, die müssen dann sowieso irgendwie mit ihrer Entscheidung leben oder es halt zurückschicken oder sich halt irgendwie damit arrangieren oder eine andere Hülle. Ich meine, mit Hülle ist ja wahrscheinlich unterm Strich dann alles wieder egal. Aber also ich, für mich ist das keine Farbe, die ich irgendwie, zu der ich freiwillig greifen will, muss ich sagen. Okay, ich frage nochmal andersrum zu dem Button. Wieso ist der Camera Control Button nicht so wie der Button einer Spiegelreflexkamera? Ja, sodass du ihn wirklich halb reindrückst und dass dann der Klick tatsächlich, dass, also dass der Klick erst im halb runtergedrückten Zustand ausgelöst wird. Wahrscheinlich, weil es in der Hosentasche blöd wäre oder so, aber es ist halt deutlich was anderes. Alex, was hast du jetzt in der ersten Woche gesehen? Nee, ich glaube schon diese verbreitete Kritik, dass du auch diese ganz, dass die Bildelemente, die dann ins Bild kommen oder nicht aus dem Bild gehen, wenn du den Camera Button drückst. Also du, du, du kriegst diese UI ja nicht weg, außer du berührst den Bildschirm, die UI von der Kamerabedienung. Das stört mich auch zum Beispiel, dass du den nicht mit über den Knopf irgendwie wegbekommst, sondern musst quasi warten oder den Bildschirm berühren, was, was, was mir auch nach einer Woche weiterhin missfällt. Was ich übersehen habe und das habt ihr mir gerade erklärt, also ich dachte, dass mit 18.1 auf der Beta, in der ich bin, diese Auswahl zwischen den Objektiven dazugekommen ist, aber die gab es anscheinend schon mit 18.0 und die habe ich entdeckt letzte Woche und die hat für mich ernsthaft was geändert, weil das ist Scrollen, was nachvollziehbar ist zwischen diesen Objektiven zu wechseln, dieses stufenlose Zoom, damit habe ich mich sehr schwer getan, muss ich sagen. Also das ist, vielleicht ist es auch so meine Abneigung gegenüber, du hast jetzt ein Foto geschossen auf Zoom-Stoße 2,2 und dann denke ich, naja, das fühlt sich komisch an. Ja, nee, das fühlt sich nicht nur komisch an, sondern das ist einfach grundverkehrt. Also niemals es machen. Naja, aber Leute zoomen, weißt du, auch so mit Pinch to Zoom. Ja, niemals machen. Ganz schlimm, ganz schlimm. Aber jetzt, also nachdem ich das entdeckt habe und diese, durch die vier Kameraobjektive zu springen, das ist nachvollziehbar, fühlt sich besser an, in Anführungszeichen Kameraobjektive. Ja, ja, und man kann nur in Anführungszeichen vier durch vier springen, man kann aber leider nicht durch sieben springen, oder? Nee. Das ist halt auch komisch, dass sie nicht alle, weil du willst ja eigentlich durch mehr springen als nur vier. Also dafür, du hast ja sieben, in Anführungszeichen nach Apples Definition, hat dieses iPhone ja nun mal sieben Objektive. Ich kann ja auch nichts dafür. Das ist ja Apples Idee von Objektiven. Wenn wir die jetzt einfach mal nehmen und sagen, du willst halt tatsächlich durch diese sieben Stufen, die zumindest zur Auswahl stehen, springen, dann kannst du das ja nicht. Also du hast ja nur, was hast denn du? Fünf sind es. Also du kannst die Selfie-Kamera noch mit, also du kannst zur Selfie-Kamera wechseln? Das kommt mit 18.1 erst. Ah, okay. Okay, siehst du, dann ist doch was neu. Da bist du bei der Beta jetzt schon einen Schritt weiter. Ja, ja, genau. Ich hätte mich doch mal belesen sollen. Ja, 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 Selfie ist neu, genau. Gut, dass ich das nicht beruflich mache. Und da gibt es das 1x, 2x, also 0,5x, 1x, 2x und dann 5x. Genau, ja. Das ist die, und die Selfie-Kamera, wie gesagt, mit 1 und 18.1. Und also diese Stufenauswahl, die ist nachvollziehbar für mich. Die anderen, bei den anderen detaillierten Zoom-Geschichten, da habe ich mich immer schwer getan, weil es halt immer auf einer Halbstufe hängen bleibt und dann, da wollte ich da nicht finden. Und ich weiß nicht, es ist jetzt zwei, dreimal vorgekommen, dass ich mir schnell was fotografieren wollte, Kinder. Und es hat funktioniert mit einer Hand. Sogar habe ich mal die Zoom-Stoße gewechselt. Und ich glaube, das ist ein Lernfaktor. Und ich glaube, man muss verinnerlichen, wohin er scrollt, wenn du nach oben scrollst und nach unten scrollst. Das muss man sich merken. Das muss so ein bisschen übergehen. Und dann ist weiterhin der Wechsel, glaube ich, in die anderen Modi, der ist schwierig. Also wenn du Zeit hast, okay. Aber wenn es schnell gehen muss, änderst du halt nicht so die Belichtung, glaube ich. Also da ist der Touch auf dem Bildschirm einfach schneller. Und deswegen, wie gesagt, würde mir auch wünschen, dass diese UI von dem Camera-Control einfach weggehen würde, ohne auf dem Bildschirm zu touchen. Auch die andere UI, die er anzeigt, es ist mir jetzt ein paar Mal im 15. passiert, dass ich irgendwie die Belichtung ein bisschen runterdrehen wollte, also antippen und dann runterziehen. Bin aber auf den rechten Rand gekommen und da ist das Zoom-Rad. Und dann hat es mir halt da das Foto versaut. Weil mir dann habe ich reingezoomt, ich wollte gar nicht reinzoomen, dann wieder rausgesoomt. Und das passiert halt schnell. Und wenn halt die Situation dann weg ist, dann ist sie halt weg. Und ich habe im 15. habe ich halt zum Beispiel bei dieser Nordlicht-Nacht, habe ich halt ein super Sternschnuppen-Bild mit Satellitenschüsseln und Nordlicht verpasst, weil mir halt die UI reingespielt hat vom Night-Modus. Aber dann habe ich halt im 15. auch so ein Foto hier zum Beispiel von diesem Fuchs im Night-Modus erwischt, was halt auch relativ weit weg war. Ja, aber stockdunkel, aber trotzdem habe ich ihn erwischt. Jetzt habe ich halt einen unschärfen Fuchs, wie der gerade überlegt, wie er die besten Schuhe stehlen kann. Und das ist halt, das war halt eigentlich auch stockfinster. Da ist nur ein bisschen Licht von dem Haus, was da steht. Und das hat dann trotzdem, ich meine, das ist jetzt nicht gut oder so, aber ich habe halt trotzdem den Fuchs erwischt. Ich glaube, es ist schon besser, als den jetzt nicht auf dem Foto zu haben. Oder einfach so ein Stock, in dem Fall auch einfach ein stockdunkles Foto zu haben oder die tatsächlichen Lichtverhältnisse als Foto gespiegelt zu haben, wo du dir wahrscheinlich den Fuchs höchstens mit deinen Augen halt so schummrig erkennen konntest. Spätestens jetzt müssen wir darüber sprechen, dass Basti beim Fahrradwahn ist in irgendwelchen Bergen und Fotos geschickt hat. Und die Fotos sind halt wie... Bastis Fotos darf man jetzt keinem Glauben mehr schenken. Er fährt halt über Wiesen und im Hintergrund laufen so Elefanten und Giraffen liefen da. Und für einen kurzen Moment habe ich es halt nicht gecheckt, für einen ganz kleinen Moment. Und es ist also bei Smartphone-Fotos in der Auflösung auf der Bildschirmgröße, wenn du nicht genau drauf guckst und ein absurdes Beispiel wie dieses ist, dann weißt du halt nicht, was Gemini da irgendwie produziert hat. Ja, weil es halt einfach gut aussieht. Es sieht gut aus. Es ist einfach so, dass es nicht auf den ersten Blick, also ich meine, es ist super albern, klar, aber wenn du den Kontext kennst natürlich, aber trotzdem, ich habe es auch gesehen und habe auch gedacht, okay, das ist sehr lustig. Und den Sprung, okay, das ist nicht nur sehr lustig und das ist halt kein realistisches Foto, es sieht realistisch aus, aber dann den Sprung zu machen, okay, das ist natürlich auch einfach komplett KI generiert oder zumindest mal diese Tiere, die in dem Foto sind. Wir wissen es nicht. Vielleicht war da kein Berg. Vielleicht war da auch einfach, vielleicht war, was sie auch irgendwie ist irgendwie. Leder nach Hauswand, weißt du? Saare abgebogen und es hat tatsächlich Giraffen fotografiert. Ich suche mal, ich suche mal das Foto raus, kann ich euch wahrscheinlich gleich zeigen. Es ist halt, also das eine ist sehr offensichtlich, das habe ich jetzt nicht, aber da ist der Elefant halt so groß wie ein Berg. Das kann nicht stimmen. Ja, ja, ja. Aber das ist das andere, da ist er halt mitten in der Elefantenherde, die Größe sieht so plausibel aus und alles, ja, und selbst der Schattenwurf von den dummen Elefanten stimmt, ja. Das ist halt einfach, da ist einfach viel richtig, also es ist alles verkehrt da dran, aber es ist sehr viel richtig gemacht, weil es einfach die Täuschung sehr, sehr, sehr gut oft ist. Ja, da haben wir das zum Beispiel. Du würdest halt denken, es ist genau andersrum. Das Bild ist real und er hat sich da rein gefotoshopt. Ja, ja, genau. Das ist doch... Er ist die Gen-AI-Geschichte, die da drin ist. Ja, das ist schon, das ist schon wild, also muss man echt sagen. Wild auf vielen Ebenen halt, auch die, auch die Giraffen zum Beispiel, also ich habe das halt wahrgenommen und für den Moment halt nicht gewusst, was da passiert und mir gedacht, wo ist da nochmal in Urlaub gefahren und warum laufen da Giraffen über österreichische Berge oder italienische? Also es war ziemlich gut, aber halt auch erschreckend, weil, also ich weiß halt echt nicht, wie lange, wie lange das noch eine Spielerei ist und oder ist es jetzt einfach vorbei dann? Ja, aber das ist halt echt keine Spielerei mehr, weil es halt einfach zu gut dafür aussieht. Ja, also du siehst halt schon hier am rechten Rand, da ist alles vorbei, da stimmt nichts mehr. Ja gut, da geht es mit den Elefanten bergab, aber es ist, also ich meine, wenn du den einfach abschneiden würdest, den rechten Rand, also man muss halt einfach dreimal je nach, ich meine, die Elefanten sind jetzt ein bisschen over the top, aber du musst halt je nach Motiv musst du halt nicht nur zweimal hinschauen, sondern du musst irgendwie drei, vier und fünfmal hinschauen und du musst anfangen zu zoomen und du musst überlegen, kann das stimmen? Und ist das irgendwie, ja, und es sind so viele Elemente sind halt richtig erstmal, dass es einfach erstaunlich überzeugend ist. Und wie gesagt, also das ist ja offensichtlich over the top, aber wenn du halt irgendwelche Details nimmst, die auch realistisch sein könnten, dann stolperst du da schon rüber und das ist halt so die, es muss halt nicht hundert Prozent jeden übertricksen, austricksen, sondern es reicht halt schon, wenn es auf den ersten Blick, schon mal irgendwie Leute scrollen darüber und nehmen es so wahr und ja. Jetzt gab es eine Geschichte diese Woche über die Entwicklung von den Airpods 4 und so und da steht, stand seltenerweise steht ja, also normalerweise stehen da keine Daten drin, wann sie angefangen haben mit einer Entwicklung von einem Produkt, aber da steht jetzt zum Beispiel drin, dass sie 2021 mit der Entwicklung von den Airpods 4 angefangen hätten. Also brauchen sie halt irgendwie drei Jahre, ein bisschen über drei Jahre, um so eine Idee, wir machen jetzt, also ich meine, die Idee, dass sie Airpods 4 machen, war schon wahrscheinlich offensichtlich, ja, aber dass sie halt dort in das offene Design auch den Noise Cancelling reinliefern wollen, okay. Haben sie dafür drei Jahre gebraucht, vielleicht war die grundsätzliche Entwicklung dieser neuen Form schon vier Jahre her, also selbst so was Simples wie nur Airpods, so ein Zubehörprodukt, halt vier Jahre her, dass sie damit angefangen haben. Wie lange arbeiten sie schon an der Camera Control und über welche Stufen haben sie sich für diese Form von Camera Control entschieden? Oder ist das erst, ist diese Idee aufgekommen, als sie gesehen haben, als sie vor fünf Jahren den Action Button sich überlegt haben, dass man da vielleicht zwei davon brauchen könnte und wenn man schon anfängt mit einem Camera Button, dann könnte man ja noch mehr auf den drauflegen. Weil auch schon, ich weiß nicht, wann das aufkam, diese smarten Home Buttons von Android Telefonen, die du auch sliden konntest und so, die gibt es ja auch schon ein paar Jahre. Also das ist auch schon eine Entwicklung, dass du halt da, das ist ja nur ein Rauf, Runter und Halbdrücken erkennen, haben sie ja auch in verschiedenen Varianten schon mehrfach gebaut. Aber wie entscheidet sich jetzt Apple für diese Form von Camera Button und wie ist da das Kamerateam eingebunden? Und das sehen wir jetzt ja auch an dieser fehlenden Fokus-Log-Geschichte, die erst irgendwann mit einem Software-Update kommt. Verstehe ich nicht. Wie passiert sowas? Ja, das wäre echt mal interessant, rückblickend dann irgendwann ein paar Jahre vielleicht mal zu erfahren, weil ich glaube auch, dass wir dann erfahren, dass es nicht gewollt war, von einem Jahr aufs andere zwei neue Knöpfe auf dieses Telefon oder in diesem Telefon einzuführen. Also das wirkt mir extrem nah beieinander und da sind irgendwelche Sachen explodiert, warum das im Folgejahr passiert ist. Also das kann ich mir nicht anders erklären. Es ist auf keinen Fall so gewesen, dass der Action Button gut ankam und Apple sich überlegt hat, wir machen eine Kamerasteuerung irgendwie da rein. Sondern das ist halt irgendwo verrutscht von Produktionen, weil normalerweise würden sie diesen Action Button eigentlich noch ein Jahr länger ausschlachten und vielleicht nochmal softwaretechnisch anders belegen. Aber es wirkt, wahrscheinlich wird es rückblickend sehr komisch wirken, wenn du Jahr 23, Jahr 24 anschaust und Apple bekommt oder das iPhone bekommt zwei Button in zwei Jahren. Das ist ungewöhnlich wahrscheinlich. Also wenn du die Jahre halt zurückrechnest und sagst, okay, also vor vier bis fünf Jahren ist da halt ziemlich viel in Bewegung geraten, was halt die Buttons des iPhones generell angeht, dann fällt es halt ziemlich genau damit zusammen, dass halt Johnny Ive nicht mehr da war. Ist halt einfach so. Also ich meine, Johnny Ive sozusagen weg und dann muss irgendjemand im Team gesagt haben, so jetzt machen wir lauter Buttons. Also ich meine, ist jetzt einfach eine wilde Theorie mal in den Raum geworden. Sind fünf Jahre, ne? Aber es ist zeitlich, haut das alles, ja ja genau, weil irgendwie 2009, ich meine, kannst du auch sagen, der war ja vorher schon mehr oder weniger weg, aber der wird schon gesagt haben vorher, hey, hier kommt doch nicht. Wenn da einer kam mit so, ey, lass mal noch einen Knopf dahin machen. Nein, 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 nein. Ja, also insofern ist es schon faszinierend und wir haben ja auch in der Gerüchteküche zum iPhone 15 Pro letztes Jahr gesehen, wo diese wilden Geschichten über die Lautstärketasten, die dann halt, also keine richtigen Tasten mehr, sondern halt statisch, wie sagt man, nicht, also Haptik-Fake-Button-Tasten ohne, also die keine richtigen Tasten mehr sind und all diese Sachen, also sie haben da offensichtlich angefangen vor ein paar Jahren so Schritte zu machen, okay, wir müssen diese Tasten alle mal angehen und dazu gehörte halt, okay, dieser Klingel, der Stummschalter, Klingelton-Stummschalter, der muss irgendwie verschwinden, ja, also dieser, der wirklich der einzige klassische sozusagen Schalter ein-aus, der muss halt ganz weg und wird halt ersetzt durch den Action-Button, der halt flexibler ist und dem du halt umbelegen kannst, mit dem du mehr Funktionalität hast und mehr oder weniger gleichzeitig muss auch die Idee entstanden sein, ja, aber vielleicht wäre es auch gut, einfach einen richtigen, richtigen Kamera-Button da reinzubauen, warum wir jetzt letztes Jahr dann halt schon diesen Action-Button gesehen haben beim Pro-Modell. Der oft Kamera-Button war für die meisten Leute. Ja, ja, genau, der für viele Leute dann natürlich der Kamera-Button war und jetzt haben wir, sehen wir, dass halt alle iPhones alle Buttons bekommen, das ist ja auch lustig und interessant, also auch der Kamera-Button eben in die Nicht-Pro-Reihe jetzt reingekommen ist, plus halt der Action-Button. Das ist sehr faszinierend, was da genau passiert ist. Könnt ihr euch noch erinnern, es gab sehr prominente Gerüchte, die die Rückkehr von Touch-ID auf einem Seiten-Button hervorgetragen haben. Und dass das jetzt der Kamerasteuerungs-Button geworden ist, wirkt zumindest naheliegend. Also, dass die Gerüchte damals halt falsch interpretiert haben, dass das Touch-ID ist. Das muss für drei, vier Jahre gewesen sein, drei Jahre vielleicht, dass die Touch-ID zurückkehrt und dass das einfach nur falsch von jemandem interpretiert wurde. Ja, weil es das halt bei Android dann schon gehabt hat, diese Seiten-Buttons, für die auch ein Fingerabdruck-Leser drin hatten. Und ich meine, es sei nicht aus der Luft gegriffen, weil das iPad, er hatte diesen Button auch. Es war halt alles logisch, aber letztendlich kann ich mir schon vorstellen, dass der Fehler dann so resultiert und sich weitergetragen hat und jetzt zur Kamerasteuerung führt. Naja, ich meine, Johnny macht jetzt diese Jacken, jetzt haben wir endlich Fotos von den Jacken und auch Preise für die Jacken. Bisschen sehr neidisch, sehr neidisch auf diese Jacken, die ich mir nie leisten kann. Die sind halt so im Bereich 2.000, 3.000 Euro. Ich meine, es ist viel billiger als eine Vision Pro und viel nützlicher, weil du frierst nicht mehr und du siehst voll schick aus. Ich weiß nicht, ob man so friert, weil das sind so, die Jacken scheinen sehr für San-Francisco-Wetter geeignet, das ist nicht so Finnland-Wetter. Das sind nur ein bisschen eigene Jacken, muss man sagen. Naja, es sind Daunenjacken und sie haben diese fantastischen... Also das Knopfsystem ist definitiv interessant. Ich weiß nicht, ob nicht irgendjemand bei irgendeiner anderen Jacke schon mal ein ähnliches Knopfsystem gemacht hat. Aber die Idee natürlich, diese verschiedenen Schichten durch Knöpfe zu verbinden, ist, glaube ich, relativ clever. Weil wer den ganzen Outdoor-Kram kennt, den es so gibt, um irgendwie verschiedene Schichten von Kleidung zu verbinden und leicht halt zusammenzusetzen und wieder abzusetzen, da ist die Idee, das mit magnetischen Knöpfen zu machen, ist natürlich eine recht feine, wenn das gut funktioniert. Keine Ahnung, wie das bei diesen 2000-Dollar-Aufwärts-Regenjacken funktioniert. Aber das Konzept wirkt relativ stimmig, muss ich sagen. Magnete halt. Ja, ja. Also ich meine, es ist schon ernsthaft faszinierend. Ich meine, das war ja so ein bisschen das Gerücht, warum ist zum Beispiel der Wechsel von Apple für ihn überhaupt interessant. Und weil er diese Reichweite, so ein Produkt zu gestalten, mit der Masse an Kunden gar nicht hat und so weiter. Aber ich glaube, es war schon spannend für ihn, einfach andere Produkte zu machen. Und bei Apple gab es halt nicht die Möglichkeit, Knöpfe zu machen. Oder irgendwelche Emblems. Und ich würde es gerne mal ausprobieren, wie diese magnetischen Knöpfe in Position rutschen. Und ich meine, Love From hat, die Webseite hat jetzt ein Maskottchen. Ein Bär. Ein Bär, der über das Logo krabbelt. Das ist alles sehr nett. Und ich meine, das Feature in der letzten Woche, das war natürlich in der New York Times, das war, ist sehr lesenswert, muss man sagen. Also es ist, ja doch, ich finde, ich, du rollst mit den Augen. Ja, also mir ist es relativ egal, welche Häuser Johnny Ive sich irgendwo gekauft hat. Aber natürlich war es. Nein, das war, das ist ja das Spannende an der Geschichte. Kaufte diesen ein, das ist ein Appartement, da denkst du dich, hey, da ist so ein Parkinglot, so ein Parkplatz dahinter. Und um den zu begrünen, hat er einfach die anderen Gebäude alle gekauft für hunderte von Millionen von Dollar. Das ist sehr lustig. Also ich meine, ich mag ja die Sachen, die er macht. Ich finde auch dieses Wappen, die er für irgendwie King Charles oder wie auch immer der jetzt genannt wird, entworfen hat, ist fantastisch. Also mal ernsthaft jetzt, ohne Witze zu machen. Das ist wirklich, also ich meine, wenn ich irgendwie King Charles wäre, hätte ich, wäre ich auch zu Johnny Ive gegangen und hätte gesagt, hey, machen wir mal ein Wappen. Weil was da rausgekommen ist, ist, also ich finde das sehr fantastisch, muss ich wirklich sagen. Und ich bin auch sehr gespannt, jetzt für Ferrari da irgendwie das Design von denen und das können die dringend brauchen, irgendwie von Touchscreen und dem Infotainment-System und so weiter. Und dann das Lenkrad hat er irgendwie neu erfunden, was jetzt rund in seiner Essenz ist oder so. Irgendwer weiß, was da rausfällt. Aber ich meine, das ist natürlich, das ist halt dieses Gespiele, mit so Designgespiele, mit so Luxuswaren, ist natürlich was extrem Faszinierendes. Und das macht ihm wahrscheinlich auch Spaß. Und das ist natürlich, hat er eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit. Und das ist alles sehr interessant. An diesem Stück, das Stück in der New York Times, also abgesehen, dass so das Interesse, eigentlich einzig Interessante halt in den letzten zwei Absätzen drin stand, was lustig war halt, dass seine Open-AI-Geschichte und dass das Projekt offensichtlich ziemlich konkret schon ist. Und dass er sich da ja wirklich, also so Schlüsselfiguren aus seinem Apple-Design-Team halt geholt hat, die jetzt einfach wahrscheinlich da schon Hardware-Konzepte entwickeln für irgendeine JetGPT-Button oder was auch immer da rausfällt. Ja. Also ist ziemlich irre. Ist, ja. Also es ist auf einmal, es ist halt nicht nur so, ja gut, Jolly Ive und Sam Alpern haben sich mal zum Abendessen getroffen und dann haben sie sich nochmal zum Abendessen getroffen, sondern es ist, da ist ein Design-Team mit super ernsthaften Designern, arbeitet zumindest mal eine Handvoll Leute, vielleicht mehr, arbeitet in einem eigenen Büro. Das ist ein eigenes Team. Die arbeiten da konkret an Produkten. Das ist also nicht einfach nur irgendein Viertelfanz, haha, wir unterhalten uns mal beim Abendessen über irgendwas. Und es sind Ex-Appleute, die an einem direkten Konkurrenzprodukt arbeiten oder irgendwo in Konkurrenz stehen. Das ist halt kein Ferrari-Lenkrad, sondern es ist halt ernsthaft in Konkurrenz. Und wenn das irgendwie durchgeht, dass sich dafür Geld einsammeln, was wahrscheinlich nicht die große Herausforderung ist, ehrlich gesagt, also für dieses Projekt irgendwie Geld einzusammeln. Die Frage ist halt, ob da ein Produkt zu erschaffen ist, was ernsthaft in Konkurrenz treten kann. Weil das muss man nach diesem Jahr, glaube ich, besonders deutlich hervorheben, dass nicht alle Konzepte, die so erdacht wurden, und auch von Ex-Apple-Leuten unter anderem zum Erfolg führten, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Aber es ist halt auch nicht jeder Johnny Ive. Es ist nicht jeder Johnny Ive. Das Kaliber, was da plötzlich an Leuten dahinter steckt, ist halt einfach ein anderes, muss man halt ernsthaft sagen. Das heißt nicht, dass da irgendwie ein super Produkt rausfällt. Aber ich finde es halt deutlich ernstzunehmender, als es vorher war. Wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass es wenigstens sehr hübsch sein wird. Das heißt dann noch nicht, dass es irgendwie besonders sinnvoll ist oder toll oder erfolgreich. Aber wahrscheinlich ist es sehr hübsch, so wie diese Jacken sehr hübsch sind. Und ich meine, allgemein bei OpenAI, da bleibt halt auch niemand. Also dieses Personalfasching, der da los ist, ist natürlich auch sehr amüsant. Das ist schon ziemlich wild. Der Altmann war draußen oder drinnen oder doch nicht und Microsoft ist drinnen oder doch nicht oder investiert oder nicht. Mira Murati, die CTO, ist jetzt gerade gegangen. Mit dem lustigen Gesichtsausdruck. Mit dem Gesichtsausdruck bei dem Interview, wo sie gefragt wurde, ob sie auf YouTube trainiert haben. Und ist vielleicht auch teilweise so, jetzt wahrscheinlich bei der Führungsregel nicht, aber auch bei den anderen Mitarbeitern, so ein Problem, dass die wie alle Nvidia-Mitarbeiter jetzt einfach zu reich sind. Die müssen alle nichts mehr machen. Die können auch einfach gehen. Das macht keinen Unterschied. Naja, ich meine, die machen ja gerade diesen Schritt zu Non-Profit, zu Profit, was der immer noch nicht stattgefunden hat, was einem auch erstaunt. Und dann musst du halt durchaus bedenken, dass das OpenAI, gerade haben sie ein Logo neu gemacht, alle große Unruhe anscheinend im Team, weil das Logo irgendwie komisch ist. Aber die sammeln gerade Risikopital ein. Und Apple war im Gespräch daran, auch Geld einzuwerfen und ist scheinbar jetzt abgesprungen, nach den neuesten Berichten. Und hat aber trotzdem diesen Deal am Laufen mit irgendwie diesem Deal, wo keiner wem irgendwas zahlt, sondern dass irgendwie Serie-Einbindung stattfinden soll. Also es ist ernsthaft viel los. Und dass Apple sich da jetzt finanziell zumindest rauszieht, ist auch echt interessant. Weil ihr erinnert euch, vor ein paar Monaten war noch ein Gespräch, dass Apple so einen Boardplatz, viel schneller da irgendwie ins Board mitwandert. Und das ist ja auch nie offiziell bestätigt worden, aber das ist dann auch gleich irgendwie nach einer Woche Gerücht, hat sich das irgendwie dann aufgelöst. Also da ist einiges los. Und auch die, also was OpenAI an Wert zugerechnet wird, ist auch Haarsträumen, muss man sagen. Also ernsthaft Haarsträumen. Ich weiß gar nicht, was die letzte 150 Milliarden Bewertung irgendwie ist. Das ist alles wild, muss man sagen. Naja, es gibt Leute, die zahlen halt 40 Milliarden für Twitter oder so. Naja, gut. Komm mal, ist es jetzt auch nicht mehr wert? Nicht, wahrscheinlich nicht, nee.